Hi, willkommen zu WEGRO TV. Heute gibt es ein kleines Special für euch. Und zwar beschäftigen wir uns mal wieder mit unserer absoluten Blinks-Map D-Das 2. Wer kennt das nicht? Ihr startet D-Das 2 und das wollt ihr spielen? Ganz genau Terror. Warum Terror? Weil ihr da wenigstens Möglichkeiten habt, irgendetwas zu tun. Als Terror hat man aggressive Möglichkeiten. Man kann Passiv spielen, man kann Fake spielen, man kann alles mögliche auf D-Das 2 machen. Und deswegen ist diese Map auch meistens als T-Map verschrieben. Was wir heute machen ist, wir zeigen euch, wie man D-Das 2 als CT aggressiv spielen kann. Das heißt, kein passives Rumgelumpe mehr. Nein, heute zeigen wir euch, wie ihr richtig, richtig Druck machen könnt. Damit ihr die ganzen Terror-Spieler da draußen mal zeigen könnt, wir können es auch. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Ihr seht, wir befinden uns gerade im CT-Spawn. Und von hier geht es auch direkt los. Kauft euch direkt mal eine Smoke. Und mit dieser Smoke könnt ihr in den ersten 3 Sekunden schon direkt was machen. Und zwar stellt ihr euch direkt mal in diese kleine Kante hier rein. Wenn ihr in dieser kleinen Kante steht, empt ihr ungefähr hier oben hin. Das bildet hier so eine Art kleine Ecke und ihr empt genau in die Ecke. Wenn ihr die Smoke richtig geschmissen habt, müsste die Smoke eigentlich ungefähr zwischen den beiden Steinen liegen. Und ihr seht schon, die Smoke kommt wunderbar für untere Katas an. Und es ist auch egal, wo meine untere Katas steht, es gibt keine Möglichkeit, jetzt noch auf Kurzhoch zu gucken. So dass diese gesamte Bio einfach weggeblockt ist. Die zweite Smoke, die ich euch zeige, ist eigentlich eine Terror-Smog. Nur benutzen wir sie quasi als CT. Und zwar, wenn ihr ungefähr hier unten steht, versucht ihr relativ weit links zu zielen. Und die Smoke relativ weit in die Mitte zu schweißen. Es gibt hierfür zwei Gründe. Nochmal eins. Ihr wollt kurz so viel, ähm... Ja, ich sag mal, so viel Fläche geben wie möglich, ohne gesmogt zu sein. Wie ihr hier seht. Und zweitens gibt euch das die Möglichkeit, euch relativ frei in der Mitte zu bewegen, ohne dass euch AWP euch holen kann. Denn wenn die AWP hier oben steht, kann sie ziemlich schlecht Mitte runter aimen. Ich zeige das jetzt nochmal. Smoke relativ weit außen. AWP hier oben in der Mitte. Ihr seht, man hat absolut gar keine Möglichkeit, auch nur irgendetwas abzuämmen. Und, ähm, das gibt euch natürlich viele Möglichkeiten, ein bisschen aggressiver zu spielen, euch mal ein bisschen hier reinzustellen. Einfach zu warten, zum Beispiel, ob die Smoke weg ist. Und dann in der Cutter abzuämmen. Ihr könnt, ähm, Flashes hochschmeißen. Für eure Mates, etc. etc. So, das sind ungefähr die drei Smogs, auf die die ganze Taktik aufbaut. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen, wie man das nutzen kann. Wie nutzen wir das also? Ähm, grundsätzlich, was der Terror macht, Die absolute Standard-Taktik der Standard-Taktiken ist, dass man mit drei Mann über Cutter aufbaut, mit zwei Mann dann Cutter unten geht, und dann versucht, das mal kurz einzunehmen. Durch die erste Smog, die ich euch gezeigt habe, ist das schon mal absolut weggeploppt. Was den Gegner natürlich direkt mal in eine komische Situation versetzt, weil man springt hier rein, normalerweise guckt man hoch, und man sieht nichts. Und das ist schon die erste Möglichkeit, ein bisschen Druck zu machen, dass man das direkt ausnutzt. Ähm, ein Beispiel ist, dass man kurz pusht und dann Doppel-Hai runterschmeißt, oder einfach mal unsere Cutter rusht, was auch immer. Auf jeden Fall ist das schon mal ziemlich ungewohnt für den Terror, direkt mal weniger Map-Control zu haben, von, ja, ich sag jetzt mal, einfach absolut Standard-Situation. Wenn der Terror jetzt also versucht, weiter hoch zu gehen, und die Smog zum Beispiel hier auf der Kiste liegt, gibt es eine weitere schlechte Situation, weil immer trotzdem nicht unsere Cutter gucken kann. Und auch wenn er hier zum Beispiel steht, kann er auch kurz immer schlechter scouten. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier ist die Smog. Und man sieht kurz schlechter ein, also diese Ecke hier. Des Weiteren, dadurch, dass die Smog hier zum Beispiel ziemlich gut für den CT liegt, kann er ziemlich gut flashen, und man kann die ganzen einzelnen Situationen vielleicht da einnehmen. Das heißt, der Gegner, der Terror, muss also viel mehr über Mitte machen. Damit er da Map-Control gewinnen kann, oder muss warten, bis die Smogs aufnehmen, beziehungsweise bis die Smogs weg sind. Und da man relativ viele Smogs hat als CT, vor allen Dingen bei der Strategie, mit vier Mann in der Mitte steht, hat man in dem Fall bis zu vier Smogs, um das zu machen. Und auch als CT kann man diese Smogs relativ einfach werfen, indem man sich zum Beispiel hierhin stellt und ungefähr hier auf die Boxen aimt. Smog kommt eigentlich ziemlich perfekt an. Und wir haben genau die gleiche Smog nochmal. Das heißt, wir können untere Katas eigentlich wirklich fast das gesamte Game durchsmogen. Eine weitere Sache, die der C gerne machen kann, ist mit der AWP hier arbeiten. Durch die zweite Smog, die ich euch gezeigt habe, und zwar die, die ihr gerade seht, ist es ihm unmöglich, nochmal hier runter zu aimen. Eine etwas krassere Smog hierfür wäre zum Beispiel, die man auch sehr, sehr safe werfen kann, ist, die stellt euch hier vorne an dieses Eck. Und ihr braucht euren eigenen Fixpunkt. Mein Fixpunkt ist zum Beispiel dieses kleine Loch. Und geht einfach so weit, bis die Wand ungefähr am Loch geht. Also wenn man das ein paar Mal gespielt hat, geht das eigentlich relativ schnell. Dann hat man das Loch schnell gefunden. Und dann aimt ihr ungefähr hierhin, zwischen diese beiden Kanten. Die Smog sollte relativ gut für die AWP aufkommen. Ihr seht, die kommt zum Beispiel ziemlich perfekt auf. Wenn ich hier als AWP stehe, keine Möglichkeit irgendwas zu sehen. Und ich stehe schon auf der Kante hier. Hier ist es sogar noch schlimmer. Und diese Smog kann man zum Beispiel nutzen, um einfach mal Mitte hoch zu rushen. Man kann untere Katas reinrushen und sich immer ein bisschen mehr Prank vor verschaffen. Ihr seht, jeder einzelne Smog baut darauf auf, dem Gegner von Anfang an schon die große, weite Sicht zu nehmen. Die der Terror eigentlich, auf der er das 2 hat, hat. Das ist der Vorteil des Terrorspielers. Und ihr nehmt ihm direkt. Jetzt kommen wir mal zum generellen Aufbau für das 2-2-1-Spiel. Ihr merkt, wenn wir zwei Leute hier auf kurz haben, die sich die ganze Zeit um Mitte kümmern. Zwei Leute hier in Mitte haben, die sich auch die ganze Zeit um Mitte kümmern. Oder schnell auf B schieben können. Und ein auf B, der nichts anderes macht, einfach nur abaimt, ist Lang offen. Und das ist ein ziemlich großes Problem. Beziehungsweise ist es ein ziemlich großes Problem für den CD, nicht für den Terror. Und der Terror könnte dann theoretisch einfach durchrennen. Dennoch muss man hierbei das Metagame zur Zeit beachten. Das Metagame sieht ungefähr so aus, dass Lang kaum noch wirklich gespielt wird. Bei großen A-Splits wird Lang eigentlich gar nicht mehr wirklich beachtet. Höchstens geht man noch über kurz durch. Zikras hat es vorgemacht. Sie gehen mit ihrem Go mit drei Mann durch kurz und lassen einen Mann unten, einen Mann oben stehen. Oder Teams wie Vary Games zum Beispiel spielen auch kaum noch über Lang. Und außer der wirkliche langen Go, den sie damals vorbereitet haben, gehen sie fast nur noch über Mitte oder über kurz. Warum? Weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt und es deswegen auch extrem safe ist. Es gibt sehr, sehr viele Flashes. Man kann ziemlich gut mit Teamspiel auf die einzelnen Positionen kommen. Und dadurch ist es für den Terror viel, viel angenehmer, über kurz oder über Mitte zu gehen, als über Lang. Ein weiterer ziemlich großer Nachteil auf der Lang ist, dass man Lang ziemlich gut decken kann als CD. Viele, viele Teams haben Jahre lang als mit einer Doppeldeckung gedeckt. Und dadurch wurde es immer und immer schwieriger, Lang überhaupt irgendwie einzunehmen. Auch hier hat Zikras damals einen ziemlich guten Go vorbereitet mit Flashes. Auch die MTV Flash, die ich euch schon mal gezeigt habe, ist in so einem Fall ziemlich gut. Aber alles in allem ist Lang eigentlich ziemlich schlecht. Und vor allen Dingen hier, ihr merkt es, man hat einen ziemlich langen Gang. Und man kann die gesamte Zeit von kurz geflasht werden, von CD geflasht werden, vom Spot geflasht werden. Und bis man dann endlich auf dem Spot drauf ist, hat man dann wieder zwei Leute hier im CD spawnen, zwei Leute auf kurz. Und je nachdem, wie der Gegner, wie das Schiebverhalten des CD ist, kommt er auch schon wieder von hinten. Das heißt, Lang ist zwar immer noch eine vernünftige Position, beziehungsweise ein vernünftiger Laufweg, den man nicht nutzen kann, aber er wird einfach nicht mehr so lang genutzt. Ähnlich wie zum Beispiel Teppichgang auf Entfernung. Und deswegen hat sich das Spiel mehr oder weniger in die Mitte verschoben. Des Weiteren ist die Mitte sehr, sehr wichtig für den Terror. Denn wenn er die Mitte kontrolliert, hat er die Möglichkeit, schnell zu schieben, er hat die Möglichkeit, viele Splits zu spielen. Ihr merkt schon, der Space Split hängt stark von der Mitte ab, kurz hängt stark von der Mitte ab. Und indem ihr Mitte quasi komplett herausnehmt für den Terror, gibt es quasi nur noch die Möglichkeiten, direkte B- oder Langrushes zu schieben. Und da ist es halt an euch gefragt, diese Spots, beziehungsweise diese Sachen zu retaken oder fünftig zu schieben. Und in dem Fall habt ihr den Gegner zum Beispiel schon mal ziemlich gut unter Druck gesetzt. Das heißt, wenn ihr es versucht, den Gegner als CT schon unter Druck zu setzen, versucht es einfach mal mit den Smokes. Versucht es mit guten Flashes und Teamspiel den Gegner rauszunehmen. Denn wenn die passenden Flashes ankommen, kann jeder von euch einfach mal mit einer AK vorstürmen und die entsprechenden Spieler rausnehmen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Versucht es einfach mal und herfahren! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020